In einem rührenden Statement weint Oli seiner Ex nach und hat sogar Worte für seinen Nachfolger. Wie Amira darauf reagiert. Oliver Pocher Emotionaler Post für Amira Pocher, das Lachen ist ihm vergangen. Primetime-Pausen-Clown Oliver Pocher schlägt er ungewohnt rührselige Töne an. Zum Geburtstag seiner Neu-Ex Amira Pocher öffnete er nämlich sein Herz. Nun sitze ich alleine zu Hause ohne dich. Was für ein Jahr liegt hinter dir? Ich habe es im letzten Jahr nicht geschafft, dir das zu geben, was du dir von mir erhofft hast, gab der Comedian auf Instagram zu. Irgendwann ist der Punkt gekommen, an dem du keine Liebe mehr für mich empfunden hast. Autsch! Und weiter. Wo das Glück der Familie, Gesundheit und ein erfüllter Job nicht mehr reichte, um dich glücklich zu machen. Da habe ich als Ehepartner versagt. So gerne wäre er doch noch lange der Partner an ihrer Seite geblieben. Puh! Mit seinen reumütigen Worten ist endgültig klar, wer bei der Trennung den Weg zum Scheidungsanwalt geebnet hat. Möchte Uli mit dem Abschiedsstatement womöglich eigentlich deutlich machen. Ich habe meine Fehler erkannt und kann mich ändern? Will er Amira so etwa zurückgewinnen? Oliver Pocher! Das wünscht er Amira Pocher, gut möglich. Öffentlich gab er sich allerdings verständnisvoll, brachte sogar einen neuen Mann ins Spiel. Er beendete seinen Text mit. Ich wünsche dir alles Gute und dass du das, was du suchst, in deinem neuen Lebensabschnitt finden wirst. Vielleicht macht es jemand anderes besser und dich glücklicher. Wie das bei seiner noch Ehefrau ankam. Er frustete. Sie feierte. Ich freue mich auf das nächste Lebensjahr, flötete das Geburtstagskind parallel gut gelaunt in ihren Instagram-Stories. Wir werden feiern. Es wird so lustig. Später sagte sie über Olis Zeilen auf Instagram aber in ihrem Podcast. Ich musste nach den sehr, sehr schönen, emotionalen Zeilen erst mal klarkommen. So viel dazu. Seine Worte gingen also nicht spurlos an ihr vorbei. Ob sie sie zum Nachdenken über ein Liebes-Comeback bewegt haben? Das bleibt abzuwarten. Und bis dahin kümmern sich andere um Oli, wie Amiras Bruder Hima und gemeinsame Freunde wie Evelin Burdecki.